Heute Morgen war es soweit. Um 9 Uhr wurden die ersten Hinweisschilder auf die neue Erfurter Umweltzone aufgestellt. Entlang der Mittelhäuser Straße begannen die Mitarbeiter der Kersblebener Firma Signal- und Beleuchtungstechnik damit und sie werden in den nächsten Tagen gut zu tun haben, denn insgesamt 160 dieser Schilder sollen im Stadtgebiet auf die Einfahrten in die Umweltzone hinweisen. Bereits seit dem 1. Oktober existiert die Zone. Die Schilder jedoch waren in der Kürze der Zeit so schnell nicht zu organisieren, hieß es seitens der Stadt. Ziel ist natürlich zunächst an den Hauptstraßennetzen das auszuschildern, aber wirksam ist es natürlich erst, wenn die Beschilderung komplett ist. Nach derzeitigem Stand wurden bereits 2.400 Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge erteilt, die keine grüne Plakette bekommen, jedoch in die Umweltzone einfahren müssen. Mit dem Aufstellen der Schilde rechnet die Stadtverwaltung mit einer noch höheren Nachfrage, auch durch die Pendler. Wir haben ja in unseren Ausnahmegenehmigungen eine spezielle Pendlerregelung. Soweit diese sozusagen ihr Fahrzeug nicht auf dem P&R-Platz abstellen können und mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt kommen können, weil sie zum Beispiel eine ungünstige Arbeitszeit hat, dann bekommt auch diese Gruppe eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt. Neben den zusätzlichen Personalkosten für die Umweltzone stellt die Stadt Erfurt 68.000 Euro für die Schilder bereit. Wenn Anfang November die komplette Beschilderung der Zone steht und sie somit auch sichtbar in Kraft tritt, wird sich zeigen, wie sinnvoll die vom Landesverwaltungsamt auferlegte Umweltzone wirklich ist. Denn dann hat man mit Hilfe der Luftmessstationen Zahlen. Schwarz auf Weiß.